Hier habt ihr eine komplette Mall zum Einkaufen, hier gibt es aber auch nur ein Diches Label. Ich weiß aber nicht ob es original oder nicht original ist. Hier kann man halt richtig Geld ausgeben. Das ist einfach super schön angerichtet für die Damen. Schmuck bis zum Umfallen. Das sind schon ganz schöne Teile gemacht da. Matthias ist ganz begeistert. Ältere Frauen mögen es, wenn es wen glitzert. Wenn es wen glitzert. Das ist schön. Schon mal was ganz Tolles hier. Jetzt schauen wir noch mal nach dem Spa. Paul Schark 50% gibt es hier. Jetzt laufen wir mal Richtung Spa. Schauen wir mal was es da alles gibt. Allenbad und so. Sieht mal nicht so schade. Die Berlinwall hat eine Verschleunung.